um halb sieben in der frühe ruft mich der wegdienst da mein wecker schäbert lauter zu ich frag was hab ich da ich schmeiß mich aus der haupten weil die hocken ruft noch schlaf am häusel halber zwei ich denk zu an der muss nach dem häusel gehen geh ich brausen hab mich in die arbeitsluft schon auf die uhr sehr spät ich muss ganz gleich zum autobus ich hab eine wahnsinnsmaße gehabt weil ich hab ihn noch gekannt von schweiz stehe ich im autobus wo er jeder eben kennt weil ich bin halt einer wenn das nicht mehr stört ich bin ein kuscher mit einem duscher der ganz so die braven kehrt im bus schreib mir einer auch ganz heimlich in mein ohr herr nachbar sind schon auf ich sag wir kommen sie drauf der schaffner brüllt zusammen rücken die anderen brauchen auch ein blot ein kollege der frau einen schönen grüß und stellt sich auf meinen fuß der bus bleibt stehen ich steig gerade aus renn wie ein wilder in die hocken der chef schreibt mir aus ich sind schon spottes lässt ihn einmal sonst können sie packen entschuldigen chef kommt nicht mehr fuhr und haut mich hinter der pudel zurück küsst die hund meine frau was darfst du sein danke sehr ein warmer handy druck und weil ich bin halt einer der das nicht mehr stört ich bin ein kuscher mit dem duscher der ganz so die braven kehrt so schaue es aus neulich